Eine Frage, und das ist irgendwie das Wichtigste, wie viele Spieler haben hier krass ihren Spot in deinem Ranking gejumpt, die jetzt hier deutlich höher geworden sind? Also welcher Spieler geht am Donnerstag höher, wo du sagen würdest, ist für mich eigentlich nicht der richtige Spot? Oder würdest ihn nicht selber da so ansiedeln? Brian Thomas ist für mich sehr früh gegangen, wo ich ihn selber nicht sehe. Wo war er jetzt nochmal bei dir? Bei 15, bei den Colts. Und Dallas Turner geht für mich zu früh auf der Acht. Das ist auch eine Sache, die ich nicht sehe. Und ja, Zach Frazier war ich ja glaube ich auch nicht so der Riesenfan von, aber passt dann glaube ich einfach und ist einfach mit Upside da. Und dann, ja, die beiden Tackles als Projekt bei den Ravens und 49ers ist dann glaube ich einfach meiner Meinung nach vielleicht einfach gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Gerade bei den Ravens, weil ich glaube, bei den Ravens musst du sofort spielen. Und ich glaube nicht, dass Imarius Mims dafür ready ist gerade. Aber das glaube ich, wie gesagt, das ist das, was ich glaube, was passieren wird. Und ich fand es interessant, Nate Wiggins ist zum Beispiel rausgefallen. Wir haben auch nur sechs Receiver. Aber das ist glaube ich auch ein Trend, der passieren wird. Ich glaube, die NFL ist mittlerweile so weit, die sagen, ey, es gibt so viele Receiver, ich muss keinen in der ersten Runde draften. Deshalb würde das glaube ich auch so passieren. Also ich glaube zum Beispiel auch, dass ein Led McConkey in seinem Nacken den Xavier Leggett deutlich, deutlich näher dran hat, als man das vielleicht denken mag. Oder als wir uns das manchmal wünschen, weil halt auf der einen Seite ein Modellathlet steht, der sich top bewegt. Und auf der anderen Seite halt jemand steht, wo du weißt, der hat irgendwann seinen körperlichen Zenit erreicht. Habe ich überlegt hier tatsächlich. Leggett oder McConkey. Möchte ich übrigens hier sagen, der Manuel hat in seinem Mockdraft zum Beispiel auch das Double-Down-Szenario gemacht bei den Cardinals. Hat Marvin Harrison und Leggett zu den Cardinals. Also auf der 4 und auf der 27. Wo ich dann auch drauf gucke und sage, wenn die das so machen, ist das ein so krasses Upgrade, so zwei verschiedene Dinge. Hätte ich in der zweiten Runde gemacht. Zum Abschluss bei dir, was identifizierst du für deinen Mockdraft als krassesten Stil oder als krassen Stil? Wer hat da für dich einen Spieler bekommen, der zu krass gefallen ist, wo du sagst, boah, Hammer. Der kann sich echt glücklich schätzen in dem Szenario. Habe ich zum Beispiel auch. Ich habe echt ein, zwei Teams, wo ich sage, boah krass, ich habe jetzt immer so Stück für Stück gedraftet. Und irgendwann ist so ein Spieler da, wo ich mir dachte, wenn der so da ist, dann sind die schon echt glücklich. Also Lato auf der 19. ist, glaube ich, ein massiver Stil, wenn er so einschlägt wie er. Ich glaube, dass er einschlägt. Und ich glaube auch, dass ein Romo Dunse auf 9 immer noch ein Stil ist. Das glaube ich übrigens auch. Marek, auch wieder an dich die Frage, wie beim Valentin eben, wo sind hier die Pics, wo du dir denkst, ob der Spieler so fällt, ob der nicht vielleicht zu hoch ist, ob das vielleicht nicht zu sehr eingeredet ist. Wo guckst du hier aufs Board und sagst dir, da habe ich dann doch vielleicht zu viel Marek gespielt und zu wenig versucht, die Franchise zu lesen. Was natürlich, muss man hier sagen nochmal, schwierig ist bei 32 Teams, die Woche für Woche, Tag für Tag arbeiten. Wo hast du das Gefühl, ey, ich glaube, da und da, da schwankt es noch? Ja, am offensichtlichsten ist eigentlich auf 11 Latu, ob das halt wirklich so kommt, wie es halt jetzt gerade hochgedrückt wird aus Vegas, gute Frage. Und Fuaga haben wir eben gesagt, könnte an 20 mega spät sein, könnte aber halt auch passen. Das ist so das, wo ich halt am ehesten jetzt gerade hingucke. Dann auf Andi vielleicht noch Brian Thomas. Fuaga ist der Tackle 4 bei dir von Bord, ne? Ja. Das ist schon crazy. Ob Brian Thomas halt auf die 23 fällt, da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, je nachdem, wie verrückt die Leute auf einmal auf Wide Receiver gehen wollen, dass er vielleicht ein bisschen höher geht. Du hast es ja schon gesagt, Fuaga ist einer deiner Steals. Welches Team hat deiner Meinung nach richtig abgesahnt? Chargers, 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 Chargers hätten in dem Szenario halt einfach aus ihrem fünften Pick zwei Leute sich rausgeholt, ne? Die anderen, zwei sehr, sehr, sehr gute Leute halt, von daher, wenn das so fallen sollte, würde ich auf Anhieb direkt sagen, Chargers sind, ja und Chargers sind am Chargen wieder. Ja und Bears halt, wie du es eben halt auch gesagt hast, ne, wer einen 1 und einen 9 pickt, der pickt vermeintlich, also sie kriegen, in unserem Szenario kriegen sie den besten Quarterback und sie kriegen einen absolut athletischen Freak auf der Edge mit Top-Topp-Werten. Ich glaube, geht auch schlechter.